Starten Sie mit Leidenschaft in die Zukunft. Wir begrüßen Sie in der Hotelfachschule Thun. Der Kick-off des Studiums beginnt mit der Küchenausbildung in der modernen Infrastruktur auf dem Campus. Wir entwickeln die Küchenkompetenzen der Studierenden mit Lebensfreude. Nach den theoretischen und praktischen Küchengrundlagen wird das Semester durch ein Küchenpraktikum abgerundet. Köchinnen und Köche steigen direkt ins zweite Semester ein. Im zweiten Semester werden fundierte Grundlagen gelegt, um später erfolgreich Mitarbeiter zu führen und Kaderaufgaben wahrzunehmen. An realen Situationen wird die Praxis im Service, Front-Office und Housekeeping geübt. Der Sprachenunterricht bereitet auf ein internationales Umfeld vor. Die willkommene Abwechslung zwischen Theorie und Praxis wird im Studium optimal umgesetzt und auf die Vorbildung abgestimmt. Während sechs Monaten Grundpraktikum im Service oder Front-Office in Kombination mit dem Housekeeping wird das im Unterricht Gelernte angewendet. Dabei profitieren die Studierenden von einem großen Netzwerk an Praktikumsbetrieben. Im Studium spielen neben der fachlichen Ausbildung auch Betriebsführung und Finanzmanagement sowie Wirtschaft und Recht eine bedeutende Rolle. Es werden umfassende Kompetenzen vermittelt, um nach dem Studium sogar den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Das Junior-Kader-Praktikum kann weltweit absolviert werden und ist eine gewinnbringende Vorbereitung fürs Berufsleben. Der erste Schritt in verantwortungsvolle Kadertätigkeiten. Zudem sind die Praktiker ein ideales Sprungbrett für die Karriere und helfen beim Aufbau eines Beziehungsnetzes. Im Diplom-Semester ist die Vernetzung der verschiedenen Management-Bereiche zentral. So werden im Rahmen von Fallstudien für reale Betriebe Businesspläne erarbeitet und vor Fachpublikum präsentiert. Die Förderung von Teamarbeit und Führungskompetenz gehören genauso dazu wie das Feiern von Erfolgen. Die Diplomarbeit zu einem selbstgewählten Thema schließt das Studium zur Diplomierten Hotelier-Restauratrice HF beziehungsweise zum Diplomierten Hotelier-Restaurateur HF ab. Der Weg ins Management in Hotellerie und Gastronomie steht nun offen. Bleiben Sie nicht stehen! Wagen auch Sie den Schritt in Richtung eines HF-Diplom an der Hotelfachschule Thun.